Willkommen zurück! Battlefield Better Hardline. Ja, Better Hardline. Hardline ist immer gut. Hardline ist auch Chris Bro. Ahoi hoi. Hardline ist auch Don. Sowieso. Und Hardline ist natürlich auch der Keuli. Moin. Ja, die letzte Runde als Professional hat nur so bedingt überzeugt. Ich gehe mal wieder zum Mechanic zurück. Ich habe mir da ja eine schöne P90 gekauft und ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden. Ihr seid in dem supergepanzerten Fahrzeug? Irgendjemand von euch? Ja, der Don und ich. Don und du? Ihr habt das Superfahrzeug? Mhm. Ja, das ist aber, du weißt ja jetzt, wer fährt. Ich sage euch, es wird nicht so gut werden. Ihr habt das Superfahrzeug? Nein, ihr habt nicht das Superfahrzeug. Egal. So, wir gehen jetzt auch mal rein. Äh, wo startest du, Keuli? Lass doch zusammen was starten. Ich starte unten am Startpunkt für dich. Äh, lass doch einfach in einem Auto starten. Können wir auch mal. Start doch einfach auf mir. Wir fahren im Squad Car. Wir fahren eine kleine Runde. Ich erzähle dir noch ein bisschen was. Alles klar. Und äh, da kann es auch schon losgehen. Hier aus dem Wagentour Nummer 3. Hier ein paar Palmen. Es hat so ein bisschen was von äh, Los Angeles. Es könnte auch Los Angeles sein. Ist es das nicht sogar? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist Los Angeles. Aber ich war noch nicht da. Also von daher, ich kann nicht das Urteil. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich wusste jetzt. Ihr blöden Idioten. Ja, Keuli, du bist gar nicht mehr bei mir. Nee, ich bin ausgestiegen. Ich dachte mir, bevor das Ding explodiert, könntest du die lieber... Was soll ich denn jetzt machen, Keuli? Ah, jetzt habe ich da irgendeinen Idioten da, der mich rumfährt. Tja, siehst du mal. Feel the mission. Ob, ich bin hinter dir? Das kann ich angehen. Wieso ist der nicht tot? Oh, ich muss so nachhören. Oh, Chris, yo, was tust du denn für Sachen? Sechs Lebenspunkte hatte der Kenner noch. Ja, es wird immer wieder Zeit, dass wir eine Runde Geld einsnacken. Äh, Keuli, du stehst nicht sicher, oder? Nee, ich stehe nicht sicher. Also, wobei, ich stehe sicher, wenn ihr mich unterstützt. Ja, ich stehe. Ja, ich stehe. Ja, ich stehe. Oh, ja, du brauchst Leben. Ähm, wir haben die ganze Parodie auf der anderen Seite. Ganz viel Spaß. Boah, alter Schwede, das tut dir ja richtig weh. Erstmal eine Granate. Rüber da. Wo sind die Spacken? Ja, hatten schon bessere Ideen. Wir sind im Auto. Unten. Nee, der eine ist da oben noch. Direkt dort, äh, rechts hinter diesem großen Blumenkübel. Draußen. Hab ihn. Sehr gut. Sehr gut. Und wieder einer draußen rein. Hab ihn. Kommt unten was? Ja. Hab ihn nicht. Oh, er hat nicht. Ich stehen noch da. Hab aber noch einen mitgenommen. Ich hab ihn gekillt. Das war so ein Rächerkill. Ich danke dir, Chris Brown. Mein innerstes Ich freut sich mit dir. Was haltet ihr jetzt von diesem Szenario? Ist ja jetzt nicht mehr so Krieg, sondern jetzt hier so Polizisten gegen Räuber. Ist das groß anders? Ist mal was so Neues, ne? Ich wollte sagen, es ist mal ein neues Genre. Ne, es ist ein Genre nicht, aber ein neues, äh. Ich muss sagen, von diesen neuen Sachen hab ich aber noch nicht so viel genutzt. Es gibt ja jetzt echt so ein paar Sachen. Du kannst ihn knüppeln, du kannst ihn tasern und so. Ja. Aber meistens schießt man sie ja doch nur nieder. Für Pussys. Du kannst vor allen Dingen auch einfach so Sachen machen wie so witzige Dinge wie zum Beispiel so eine Armbrust nutzen. Boah, was ist das für ein hirnziger Fahrer? Ja, aber die Armbrust ist nicht dafür da, um andere umzuschießen, sondern um dich von höheren Gebäuden auf niedrige runter zu lassen. Christoph, was machst du? Wieso haben die anderen eigentlich schon wieder 1,9 und wir 0,3? Ja, Christoph, wir sind zum anderen Volt. Fährst du? Ja, dann los. Ja, dann los. Sirene an und los. Sag mal, ist das Auto irgendwie kaputt? Das hat so eine spastische Sirene. Oh, Christoph. Was hast du an mir? Oh, Don. Das ist Don, der da rumsteht. Du stehst mega im Weg, Junge. Ja. Geh raus, raus. Da kommt ein Fahrzeug. Shit. Ja, das kannst du richtig vergessen. Wo hast du denn hier einen rausgelassen? Da stehen fünf Leute, Chris Bro. Ja, ich seh's. Ja, ich seh's. Ich lebe nicht mehr. Ich auch nicht. Überraschung. Keiner lebt mehr. Ich habe jetzt eine 2 zu 3 Statistik dadurch, Chris Bro. Ebenso. Chris Bro, lass mal Transporthelikopter fliegen. Okay. Bin dabei. Hallo. Was ist jetzt los? Kann das gehen? Ja. Ja. Ja, ich dachte, vielleicht kommt noch so ein Don oder so ein Korn. Ja, das war leider zu spät. Wo bist du heute? Ich hole dich ab. Lass eben alleine. Da unten. Das konnte ich sehen. Ich schieße mal auf ihn. Wo unten ist er? Ach, da? Ich fliege zu ihm hin. Kannst du auch steigen? Ich will gleich da. Alles klar. Das klappt eh. Kann ich da landen können? Hier kannst du landen. Oh, oh. Irgendwas stimmt nicht. Du solltest nur landen. Nur nicht. Ach so, ja. Hier auf der Solarzelle. Kommst du hier? Schwierig. Warte. Setzt. Setzt. Ja, sitzt. Ja. Wackel und hallo. So. So, fast schon was gelangt. So. Auf geht's. So, fast schon was gelangt. So, fast schon was gelangt. Ob das wirklich was gelangt ist, das sage ich auch erst, wenn das hochgeladen ist. Wenn ich sehe, bei YouTube, ja. Bam. So, das Dach ist abgeräumt. So, Enemy Vault. Die sollen wir von oben einsteigen? Das geht doch gar nicht, oder? Alter, ist das Gebäude hoch. Alter, ist das Gebäude hoch. Da ist doch noch jeden Kopf der Landplatz drauf. Ja, lande mal. Ja, das kannst du ja. Nicht so. Nicht so. Ach so, landen. Sag das doch. Ja, sag landen, ey. Lande mal. So, raus. Traumhaft. Naja, das Rad hängt in der Treppe. Ja, gut. Können wir hier oben irgendwas tun? Nein, oder? Nein. Wir können auf diesen Betonträger vom Kran springen, den idealen Sniper. Das ist ne Challenge. Ja, geht. Ja. So, warte mal, ich schiebe uns mal. Das ist voll der geile Sniper-Punkt hier. Eigentlich waren wir jetzt ziemlich skillig. Ich würde mal sagen, wir holen jetzt mal Geld vom Money Pile. Okay. Warte, wir gleiten zwischen den Häusern durch. Wir springen hier raus und gleiten dann zwischen den zwei roten Häusern durch. Ja, das klappt. Bestimmt. Direkt den Fallschirm auch, sonst klappt das gar nicht. Und steuern mit VHSD, ne? Ja, Junge, guck dir das an. Wie wir da durchgeflogen sind. Wie kleine Vögel. Wenigstens. Ja, natürlich. Alles auf Wand. Wir sind Feinde. Ich muss sehen. Wir brauchen mal nicht. Ich muss sehen. Krieg nicht gut. Der ist hinter uns auf jeden Fall irgendwo. Hab einen. Ja, ich glaube, die Freunde kommen gleich eh noch. Von allen Seiten. Klingt nach mehr. Mehr Spaß. Also das Enemy Vault ist übrigens komplett frei, ne? Das ist gut. Das... So, einen haben wir. So. Da läuft dann über das Dach. Kommen wir irgendwie aufs Dach. Kommen wir irgendwie aufs Dach. Kommen wir jetzt reingegangen in dieses Büro. Der läuft jetzt vielleicht wieder außen. Ihr kommt in seine Kasse. Jetzt kommt er wieder raus. Der ist er. Nein. Ich hab 500k da liegen lassen. Hinter der Brücke. Genau der. 500k unter der Brücke. Hinter. Ja, mich hat's erwischt. Das war zu früh. Soll ich fahren? Willst du schießen? Ja, gerne. Ich geh mal kurz raus. Verdammt. Ja, jetzt ist Fluss mal reingestiegen. Ach, sorry. Nein. Ich will doch. Ja, warte. Ich steig zuerst ein. So, jetzt. So, ich wir sind eigentlich hier reingefangen gerade, oder? Fahr mal da unten rein, ne? Das ist immer ganz gut. Die war auch noch jeden, ne? Kaputt. Dann lief der anderen Seite? Komm mal da rechts, genau. Oh, ja. Das lief ja richtig gut. Ah, hier unten sind wir natürlich auch bestes Panzerfaustziel, ne? Ja. Bisschen Risiko ist immer, ne? Bisschen Risiko. Bisschen Spundes immer. Ah, guck mal, diesmal ist voll ausgeglichen. Wir sollen jetzt einfach mal Geld holen, ne? Ja. Wie dumm ist er denn schon wieder, dass er uns hier reinfährt? Ja, oder ein bisschen was von den anderen zu klauen, ne? Ja, ich kann mal wirklich. Ja, wir können auch was von den anderen klauen. Wir sind gerade da. Ja, ich bin auf dem Weg. Oh, ich bin so. Kann man ein Stück vor? Der Krieger hat mich getötet. Ich save das hier mal ein bisschen. Oh, da kommt das gepattertes Zeug. Der Krieger, der ist kacke. Der meint, der müsste es sein. Fährt zur Parallelstraße, weißt du? Ja, ja, ich gesehen. Ja, die zocken gerade Geld von denen, ne? Mhm. Oh, cool, ich kann nicht viel bleiben. Da kommen sie. Oh, auch nicht. Da sind ganz viele. Ja, das hätte ich auch vorher sagen sollen. Ja, ich dachte, die wären offensichtlich gewesen. Oh, ich mach mal heil. So, jetzt können wir aber... Ja, upf. Ja, ich fahr mal. Tod. Scheiße. Da kam der denn, der. Voll abgesnackt. Chris, kommst du mit ins Auto? Jo. Bisschen luftiger, ja? Ups, warte mal. Ich bin ausgestiegen. Oh, Heli, Heli. Bam. Wie fliegt der denn Helikopter bitte? Ja, vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass der... Amikaze. Lass mal Geld holen gehen. Ja, na los. Fahr, Don. Da ist ein Ausgestiegen aus Medi. Wir steigen noch ein. Aber wir wollen wohl nicht. Ich komm hinter dir her, Bob. Die kann er ja richtig weit herfen. Uiuiuiuiui. Vorsicht, Don. Ihr habt da Feindkontakt. Habt ihr ihn? Ja, sauber. Das war nur der eine. Dann lass mal Geld holen gehen. Ja. Los. Da rein. Da hinten auf die Straße ist einer. Seh ihn. Hat sich gerettet, nur die Ecke. Von oben kommt einer. Oh Mann ey. Egal, stehe wie hier. Ach, da stand auch noch einer. Läuft überhaupt nicht. Richtig. Durchschlagendes Argument. Durchschlagendes Argument. Ich glaubt wieder bei denen. Klar. Ich bin auch da. Wir sind alle da. So, ich hab 500.000. Alter, die haben gleich nix mehr. Die sollten hier nur irgendwie wegkommen. Ja. Der Hauptleiter rein. Nicht mehr. Und tschüss. Ich komm mal hier nicht weg. Keuli, gib. Warte, warte, warte. Nein. Ja, das Scheiße. Mann. Das Warte war schlecht die Idee. Das Warte war echt dumm. Armored Rescue Vehicle. Da. Ja, aber die haben dadurch auf jeden Fall Geld verloren. Wir können sie wieder einsammeln, oder nicht? Nicht alles. Das ist doch egal. Äh, gut. Jo. Chris, geh hier. Hier. Gehst du irgendwo rein? Ja, hier. Alles klar. Aber siehst du, dadurch dass wir das Geld weggenommen haben, geht die ja weit runtergeraust. Richtig. Das ist einmal zum Money Pile und dann war's das. Ja, da muss irgendeiner sein. Da ist er. Ach, da. Shit, zu spät gesehen. Ganz da anders hingeguckt. Ja. Kommt bestimmt um das Gebäude rumgelaufen oder so. Der kommt erst an Heli. Ja, ich bin tot. Ja, Helikopter, scheiße. Noch bin ich positiv, aber. Heli, bist down. Das war ein Heli. Da. Okay, ich merkst du, du stehst hier richtig gut. Nicht. Max Cash hab ich dabei. Äh, ja, gut. Oh, was machst du dann? Hat gereicht. Wuhu. Positive Statistik. Negativ. 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 Ich erinnere noch an den besten Moment in dieser Folge, der war auf jeden Fall. Warte noch einen Moment, warte noch einen Moment. Bam. Ich hab's nicht gesagt, dass du auf mich hören sollst. In Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Wir hätten ihn liegen lassen sollen da. Oh. Hätten wir ja. Dann hätten wir gewonnen. Ich merke mir das, wenn du das nicht mal in der Uni abschreiben willst. Ich? Niemals. Wie könnte er, ne? Ja, wir sind trotzdem. Bei was denn vor allen Dingen auch? Es gibt keine Klausuren mehr. Ja, hast shit, ja. Hast recht. War wohl nix. Bei Robert. War wohl nix. Ja, ja. Aber wir haben diesmal irgendwie nicht so viele Punkte gemacht im Verhältnis zum Westen. Wobei, Young and Wild Real ist auch echt krank. Der ist übel, der Typ. Ja, wir müssen halt langsam, langsam reinkommen, ne? Ich mein, wir sind jetzt ja auch. Ich überspring quasi vier Battlefields. Ja. Ja, geht mir ungefähr so ähnlich. Ich überspring ungefähr zehn. Dafür läuft's doch. Das lässt sich da zumindest arbeiten mit den Ergebnissen. Irgendwie ist hier ein Mechanikerwaffen nicht so geil. Entschuldigung, warst du noch begeistert? Ja, auf nahe Distanz ist die nicht schlecht. Das ist wie die F2000 bei Battlefield Bad Company. Ja, gut. Ist doch gut. Ja, gut. Also, auf lange Distanz wirft er quasi sein Magazin ihm hinterher. Vielleicht trifft er ihn am Kopf. Ja, mit sehr viel Glück kann ich. Also, ich kann auch vom Kran ausschießen. Dann kriegst du eine Beule. Ja. Ja. Aber ist bei mir ja nicht anders. Ich muss ja auch immer ganz dicht dran, damit es richtig zündet. Das geile Fahrzeug ist hier jetzt der Harden Attack Truck oder welcher? Ja. Ich glaube, diesmal hole ich einfach wieder Geld mit euch. Lass mal wieder auf Geldtour gehen. Wir nehmen Muscle Car und los geht's. Wo ist denn der Muscle Car? Oh, ne, da passen nur zwei rein. Wir haben auch ein Auto, wo mehr reinpassen. Hier vielleicht? Jo, ich hab ein Auto. Ich bin bei dir. Sehr gut. Alle dabei. Ja, der Don macht Partypause. Ja gut, wir fahren schon mal los. Kann er später einsteigen. Gehen wir schon mal los. So, jetzt bin ich auch da. Sehr gut. Go, go, go. Oh, nicht gut. Wir stehen hier ungünstig, wisst du das, Jungs? Noch. Ja. Das hat weh. Raus. Ja. War nicht gut. Hoffentlich kommt einer durch. Nein. Ja, ich bin durch. Siehste? Ich freue mich, dass die Worte. Ich schrund ist immer. Zehn Prozent schafft sie wie das. Die Rute war nicht die Beste. Lebt da noch irgendjemand von uns? Ja, wir leben. Sehr gut. Ich versuch mal Geld abzuheben, ne? Ja, ich hab schon. Achso. Dann, ich komm mal mit dir mit. Wer ist denn jetzt noch bei mir? Ja. So, das ist der Don Mann wahrscheinlich. Ja. Ich hab 400 K dabei. Ich hab mal das Cash. Ich werd geschossen. Und abgeliefert. Du hast abgeliefert, wo du abgeliefert. Du streust immer noch Geld. Wo die Zeit kommt. Von unten. Bist zum falschen Punkt gelaufen. Halt, ich bin geräuscht. Oh, man. Das würde ich auch so sehen. Dann haben wir... ...kolltest du noch Geld? Oh, jetzt hab ich Geld. Bring dir den nicht gerade voll das Geld. Würde wir sagen, dass ich Geld habe, auf ganz anderen Gründen. Weil ich hier gerade die ganze Zeit habe. Und du bist auch da. Ja, das ist ja alles super. Ich hol mir neues Geld. Ja, ich muss erst mal in unsere Basis kommen. Das ist ein bisschen weit weg noch. Wir sind auf dem Weg. Noch 69 Meter. Wäre das schön, wenn es nur noch 69 Meter wären. Zumindest bin ich gleich da. Ich hab leider noch irgendwie um die 200. So, jetzt aber abgeliefert. Coly, komm hier runter. Hier, Coly. Achso, du bist da. So, da wollte jemand Geld klauen von uns. Danke für dich sofort, Bob. Klar, gerne noch. Wir sind da. Das Motorrad steht ein bisschen im Weg. Ja, warte, ich pack's mal um. Jetzt. Jo, danke. Wollen wir neues Geld? Können wir Geld machen. Ist das die Frage vom Gegner oder von... Äh, die Gegner hat doch gar nix. Ne, achso. Ja, okay. Bist du da? Jo. Also die Sicht ist auch jedes Mal aufs Neue krass. Raus. Ups. Fuck. Der ist feindlich. Oben auf dem Dach. Mhm. Wenn man da rankommt. Kleb noch, ja. Komm mal hoch. Steck mich wieder bei dir ein, sonst. Ja, ich versuch mal hier... Ja, mach keine wackelmutigen Aktionen. Ne, ne, ich versuch mich hier endlich sicher hinzustellen. Wo bist du denn? So, du stehst doch direkt neben dir. Ja, ja, ich muss nochmal checken. Die kommen rein. Alter, wir wurden abgeniedelt. Ich werd grad gemessert oder so. Wie kann ich denn gemessert werden und du nicht? Ganz einfach, weil er noch dabei war in dem Moment. Aber ich hab's leider nicht geschafft, weil ich leider keine Muni mehr drin hatte. Ich hab ja nur zwei Schüsse. Junge, das war nix. Das war nix, ne. Der Chrisbro ist aber wieder ganz in der Nähe, glaub ich. Da waren mal alle auf dem Chrisbro. Was machst du da, Chrisbro? Hier oben. Ja, da war vorhin einer. Was so? Machen wir einen guten Sprung, oder was? Ja, würd ich sagen. Und Geronimo! Oh ja, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Da wartet dich was? Unten sind sie auch. Drei Stück. Ja, wo man ursprünglich guten Statistik ist nicht mehr übrig geblieben. Wie krank sind die denn? Hier nicht einsteigen, Jungs, das ist nicht so clever. Ja, lass mich mal weg hier. Wir müssen erstmal irgendwie rein jetzt. Oh, das gibt's doch nicht. Pack auf, wo war denn hier einer? Ja, die kommen gerade wieder. Geld holen? Ja, von hinten kommen sie glaube ich. So, der kommt nicht. So, jetzt bin ich erstmal hier weg hier. Das ist der Seite. Ich werd verschossen. Ja, krieg sie schon. Die sind drin. Scheiße. Ich glaub, da wär noch ein zweiter. So, einen hab ich. So, es fehlt noch ein... So, zwei. Ich bin so tot. Ah, ich bin tot. Gibt es nicht. Hungry Herman, hat sie alle. Hermann. Wir haben vor allem voll viel Geld. Wir müssen in deren Lager. Auf ins Auto. Ne, auf in Heli. Wir fliegen rüber. Alles klar. Geht los. Geht los, geht los. Geht los. Das ganze Squad ist da. Perfekt. Ich kann gleich wieder so ne Massenvernichtung als Schuld tragen. Na, darin bist du ja eh gut. Schnauze. Die Hitler. Ja. Ja. Ich würd sagen, das hat nicht mehr gereicht. Aber dafür ist meine Statistik gut. Ne. Hält sich bei meiner, muss ich leider ehrlich gesagt sagen. Aber ich sag mal, für die Ersteindrücke und so. Das muss ja mit der Zeit jetzt wieder besser werden. Da muss ich erst mal dran gewöhnen. Ich mein, man wird hier von Leuten echt abgefrühstückt, hab ich das Gefühl. Bam. Erster. Bei uns Vierter. Ja, und ich sag mal so, ne. Wenn du weißt, der Koldi ist bei dir Erster, dann ist dein Timo auch echt... Premium. Ja. Ich mein, vergleich mal deine Punkte mit dem anderen da. Das ist ja wieder völlig krank. Im anderen Team wärst du Sechster. Ja. Ich mal. Siebter. Passiert. Krass. Ja. Ich würd mal sagen, mit diesen Worten bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Einschalten. Macht's gut. Ja. Ja. Ja.